Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Arc Scorched Earth mit dem Mal das beliebtem Töppi, Mahlzeit Töppi Mahlzeit Leute! Und natürlich Civiline! Hallo! So und wir haben äh 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 Civiline hatten Level 100 Tapajara gefunden Den wollen wir jetzt jagen. Ist er denn das? Das ist der gar nicht da oben. Da oben fliegt der, ne? Das ist der aber nicht. Das ist toll. Warte, lass gucken. Das ist Level 28. Wunderbar. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Experiment vor. Das wird ganz einfach, Leute. So, okay. Der Flash folgt dem Töppi. Ich schieß den Flash jetzt an. Okay. Und du fliegst jetzt los, Töppi. Such ihn. So. Such ihn. Such, such Töppi, such. Ich häng, ich häng jetzt am Flash. Machen wir gleich. Boah, der Fläche ist so schnell, der fliegt nämlich hin. Ja, das ist doch der falsche. Du musst sowieso den richtigen doofen. Höher. Naja. Höher. 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 Ach du Scheiße, ich häng ja wie ein Würstchen und Bambel durch die Gegend. Ist absolut furchtbar. Ja. Ja. Muss ich mal umgucken. Da oben ist er. Siehst du ihn? Da oben. Ach du Scheiße. Ja. Wunderbar. So. Warten Sie. Bitte warten Sie. Ja. Flieg noch ein bisschen näher ran. So. Das ist er nicht. Das ist Level 16. Na toll. Ich, 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 der flieg nur hin und her wie Wahnsinn. Ich kann's nur kurz anhalten. Guck mal, unter uns ist einer. Er ist Level 16. Unter uns vor uns. Unter uns vor uns. Wir sind immer nicht nah genug dran. Das könnte sein. Der ist Level 4. Ist er nicht. Wunderbar. Jetzt finden wir ihn nicht. Ah. Was für eine Scheiße. Ist er nicht. Jetzt ist er weg. Ganze Planung für den Arsch. Lalalalalala. Das ist Level 16. Der, der Typ da. Der Falsche. Da oben ist noch einer. Ist der das? Warte mal, halt mal, halt mal. Ne, das ist Level 16. In der Sonne sah der ganz anders aus. Der ist Richtung grünen Strahl eher geflogen, oder? Fliegen wir noch ein Stück höher. Der war echt hoch. Der Typ. Bisschen nach links. Hier so links vom roten Strahl. Vermute ich. So wie der geflogen ist. Ja, aber da haben wir den jetzt. Unter uns. Level 28. Nein. Ist er nicht. Schöne, schöne Scheiße. Lalalalalala. So. Aber pass auf. Wir überprüfen dann die Theorie. Einfach mal. Äh. Falt mal an. Oh. Okay. Ähm. Aha. Sehen Sie? Jetzt habe ich nämlich meinen Vogel. Er soll den attackieren. Ha. Hahaha. Und jetzt fliege ich ran. Haha. Wo ist er? Jawoll, das funktioniert. Der ist schnell. Oh je, der ist schnell. Hahaha. Der Fleisch ist schnell. Nur fliegt er leider gegen die Sonne. Da seh ich den kaum. Der kriegt den fast. Nee. Der hetzt den zu Tode. Der hetzt den kaputt. Und ich häng da dran wie ne Wurst. Ich schleif den gleich in den nächsten Dicken rein. Und dann bin ich des Todes. Okay, die Theorie war soweit ganz nett. Aber ich glaube in der Praxis funktioniert das nicht. Nein. Du bist ja zu schnell unterwegs. Nee, ich hab grad wieder einen gesehen. Äh, passiv. Du bist doch so schnell verschwunden. Nee, der kommt doch zurück, das ist ja das Beste. Ich brauch nur passiv Pfeifen, dann fliegt der doch zu dir zurück. Ah, okay, seh ich schon. Die Idee ist gut. Siehste ja. Über uns ist einer. Kann nur nicht zielen. Im Moment, ich muss noch ein bisschen bämbeln. Ah, ich seh schon. Level 68 ist der. Ist er auch nicht. Verdammt. Da ist noch einer. Ich seh nur einen. Nein, oh, da ist er weg. Aber ich glaube aus der Richtung sind wir gekommen. Hier lang oder was? Zum roten Portal hier? Ja, versuch mal. Mein Gott, wie kriegt man denn so ein Mist Vieh? Der ist dem hinterher gedücht wie ein Bekloppter. Und das Beste ist, der verliebt ja keine Ausdauer. Der hetzt den kaputt. Der fliegt immer weiter hinterher. Da. Kannst du nur hoffen, dass der in die Wand reinfliegt. Ja. Mit den Bolan kannst du vielleicht mal. Ja. Ja. Nee, ein Tavis. Krimskrams. Bist du sehen. Kann nicht wahr sein. Aber der war doch über uns am Tal. Da ist er. Ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh einen. Ich seh einen. Ja, das ist der Level 26. Wie ist der denn so schnell wieder da hochgekommen? Oder ist er das nicht? Der ist Level 20. Ist noch ein anderer. Das ist alles voll mit dem Mist Viechern. Oh Gott, er hat die Falschen. Ja. Dann seh ich auch, dass er die Falschen ist. Hab ich mir. Hast gedacht, dass es Level 20 nicht Level 100 ist. Ich flieg nochmal hier über unser Tal. Weil irgendwie war er eigentlich da. Zuletzt. Ah ja. Gucken. Der Tal ist da unten. Ja. Nicht so tief, wenn wir es nicht finden. Glaube ich. Wir fliegen ja ziemlich hoch, die Mistviecher. Hm. Ja, was auch. Aber wir fliegen doch manchmal unten. Ja. Der hockt jetzt irgendwo bei uns neben der Base auf dem Boden. Und keiner sieht ihn. Und wenn wir ihn sehen, fliegt er gerade wieder los. Nee, ich flieg da unten rum. Das wäre aber nichts. Da ist ein Agentar bis Level 64 bei unserer Base. Aber nicht mehr lange, wenn er unseren Rex anzt. Das ist bestimmt Civiline. Wir sehen dich. Wer ist das hier? Spaceballs. Air Force One. Nackig. Spioniert er uns aus. Er fliegt Richtung Drachental. Nehmen wir an, die wollten ein Drachenei klauen und wurden armselig verbrannt. Das können sein. Oder die brauchen Milch wieder. Nackt. Ja, ich mein Drachenein fangen wegen Milch. Und das macht man am besten nackt, wenn der Drachenein verbrennt oder was? Nee, der fliegt schon. Nee, der ist bestimmt halt erwischt worden. Achso. Ist er da unten bei uns im Tal lang oder nicht? Er fliegt bei uns im Tal lang. Na, den wir eben gesehen haben. Ciao. Ich seh nix. Och Mist, Mensch. Geht das nicht irgendwie anders, Handhaben? Wenn du mich... Ach. Wir sind deppeln. Wir versuchen nochmal. Geh mal bitte runter. Zu unserer Base. Oh, ey. Ja. Wieso... Einfach, wenn auch kompliziert geht. Alles immer. Ja, haben wir den jetzt erst mal kompliziert probiert. Und jetzt probieren wir es gleich einfach. Ich bin dann bin ich gespannt. Benutzen wir einfach ein Testobjekt. Dazu brauche ich nur ein paar Haken. Folgender Plan. So, okay. Landen sie mal. Du brauchst schon über Bodenschleifen die ganze Zeit. Also... So, das besorgt der andere. Sag ihm, er soll landen. Das Kabel ist schon ab. Hat er kaputt gemacht. Der Hund. Habe ich noch einen? Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Müsste ich haben. Eins. Und null. Oder? Wenn ich jetzt schieße, dann ist er weg. Äh. Wir machen lieber noch einen. Haken. Einen Hook. Dazu brauche ich natürlich. Seid mal her. Haben wir nicht? Haben wir nicht. Sehr schön. Steine. Haben wir nicht? Oder? Haben wir nicht. Sehr gut. Optimal vorbereitet. Und die geparkten Tiere sind auch nicht da. Haben wir nicht. Oh mein Gott. Läuft ja alles nach Plan. Ja. Wie schon. Geh raus. Handtasche. Geh beiseite. Dann komm ich raus. Yeah. Wir hämmern den mal ein. Uff. Okay. Langt. Erstmal. Na komm. Geizig. Cooler mal dahin. Ich stehe noch passiv. Ah, jetzt kommen sie an die Rand wie die kaputten. Ah, es war dein letztes Foul. Da haben sie ihn zerfetzt. Da fliegt dort Hühnchen. Jetzt haben sie ihn verspeist. So, und zwar habe ich jetzt folgende Idee. Ja, logisch. Also, ich werde jetzt einfach, nimmst du mich unten drunter, wir fliegen zu dem hin. Ich verpasse den Vogel einen Haken. Dann lässt du mich los. Ich ziehe mich ran. Ja. Hört sich doch einfach an. Oder? Hört sich einfach an. Natürlich, ganz einfach. Was geht das, wenn wir gleich sehen? Ja, ich zieh mich an von, äh, ich zieh, an, zieh mich an, von Bohler dem eine. Wenn ich noch eine Bohler hab, dann fällst du vom Himmel. Anfallig mitsamt Typ vom Himmel. Und stürbst, wenn du unten aufkommst. Das wäre toll. Aber vielleicht, ja, kann ich nicht. Wenn dir noch ein Fall schon mit. Kann ich nicht. Para. Nein, ich bin noch angekabelt. Der reißt mich doch nach unten. Hoffst du? Wie hoffe ich? Werden wir sehen. Genau. Ich habe das noch nicht probiert. Ja. Werden wir jetzt machen. Huck. Huck, huck. Fetch fehlt mir. Hast du noch ein bisschen Fetch? Ja, hab ich. Steck ich hier mal in den Vogel. In den Vogel nützt mir nichts. Wo ist der Vogel? Na, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ach, da. Wenn ich Haken am Baum bin, bin ich da in der Schwiede. Lahm, warte, wo? Ja, Fetch. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, äh, Fetch, Fetch. Zack. Fetch. Mehr, hatte ich jetzt welche gebaut. Super, zack, rein. Dann bastelt er immer wieder den Haken da rein. Der will mich total bekloppt machen. Huck. Ihr werdet sehen. Na, da bin ich. Na, wettet schon ein, ob es funktioniert. Können Wetten abschließen. Elben seine bescheuerten Ideen. Geht das, oder geht das nicht? Natürlich geht das. So. Ich hab den, den Nackischen wieder erwischt. Der farmt diese Shuttles ab. Shuttles, aha. Gut, ich ne weiß, wer das ist. Was sollen denn Shuttles sein? Nee, nicht so. Die Drops. Ah, so. Okay. Oh, tschau. Jetzt brauchen wir ein Versuchsobjekt, oder? Ja, ein Versuchsobjekt. Nein, nein, nein. Wir legen in einem richtigen Los. In einem schnellen. Und auf jeden Fall in einem Tapptischarer. Guck mal da unten. In, in die Hege. Was ist das? Ach, ne Motte, was? Ja, das Gehege, ja auch. Natürlich sind halt Motten. Tapicar. Im Moment seh ich nur... Federn. Du Kacke. Na oben stehe. Okay. Naja, die letzten waren eher in die andere Richtung. Wo du jetzt fliegst. Oh, und links ist eh, ne? Ja, ich seh den. Das ist der 28 oder was. Waren sie mal. Probe Richtung da. Level 16. Egal, wir versuchen das jetzt. Ich muss mich gleich nur loslassen. Oh, ich werde anhaken. Oh, noch ein Stück. Aufhören, aufhören, aufhören. Ich seh nix. Oh, ja. Ich seh... Ich seh leider nix. Ich seh nur Vogelbeine. Da fliegt nur ein anderer. Warte mal, ich nehm hier mal kurz ein Visier. Level 4. Super. Was sind die nicht? Egal, einen nehm ich davon als Testobjekt. Ich muss gucken, ob ich den ankabeln kann. Ja, flieg einfach so weit. Bleiben, 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 bleiben. Ah, warum hast du irgendwas verändert? Die Flugbahn. Ich hab nischt gemacht. Wirklich nicht. Ich seh jetzt nur noch Beine. Ich bin im Inneren des Beins. So? Ja, so jetzt seh ich auf einmal wieder. Also musst du da irgendwas... Nö, jetzt nicht mehr. Der ist doch weggeflogen. Na, den brauchen wir nix zu jagen. Oder? Hm. Scheint nicht zu funktionieren. Den nehm ich nur Federbeine. Kann das sein, dass du mich irgendwie oberhalb, unterhalb gegriffen hast? Wo bin ich denn? Nee. Nee, anfängsig. Denk ich halt, ich glaub, du mal. Naja. Wo ist er? Ja, ich seh. Ich hab ihn. Oder? Nein, ich hab ihn nicht. Ich seh nix. Nee, das kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Man sieht nix. Ich seh immer nur das Beininnere. Ist das bei dir auch so, wenn du drunter hängst? Ja, war auch so. Auf jeden Fall. Da war für Beininnere, siehst. Ich komm vom Richtungswinkel irgendwie anders. Oh, no. Ach, liegt. Ach, liegt da. Ah, das wird wohl nix. Kommt, 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 kommt. Da wurde... Feuer. Daneben. Dummer Sack, dummer Sack. Ich hab ihn, lass ich fallen. Ah, ich falle. Hilfe, Mutti. Wo ist der Fallschirm? Ich bin tot. Scheiße. Lass mich falsch. Mutti, wo ist mein Fallschirm? Scheiße. Ich hab ihn doch gehabt. Ja, hab ich gesehen, aber... So hängst du dann doch nicht dran. Vielleicht hängt das doch nicht bei wilden Tieren. Das Anhaken. So eine Kacke. Am Berg irgendwo liegst du, ne? Irgendwo ist gut. Ja. Ja, irgendwo lieg ich. Warte, ich werd da schon... ...hinfinden. Hoffe ich doch. Das ist... ...wa... ...da ungefähr. Danke. Okay, Leute. Das hat wohl nicht hingehauen. Bin mir gespannt, ob wir die Leiche bergen werden. Und dann geht der Versuch weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau die Erde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.